Ich hab euch gerade noch gefehlt und zeig euch, was bei uns abgeht. Wir fahren mit euch durch Berlin und wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das jetzt verziehen. Geil, fängt ja gut an. Fängt ja gut an. So, hallo meine lieben 1883 Abonnenten, der Jonas und Icke, wir gehen heute auf den Weihnachtsmarkt und heute machen wir mal was richtig Verrücktet, ja eigentlich auch ein bisschen Cringe. Du musst richtig aussprechen, das heißt, es ist voll Cringe. Es ist Cringe, ein bisschen Cringe. Ja, jedenfalls was ich sagen wollte, wir machen heute was an Reistigkeit eigentlich kaum zu überbieten ist. Und zwar wollen wir die Leute heute mal testen, ob die uns auf eine Fahrt hier einladen, also auf eine Fahrt zum Fahrgeschäft einladen. Egal was, können sie selber entscheiden. Ja, da gehen wir jetzt mal gucken und da nehmen wir euch mal mit. Ja, und wer ist das? Ja! 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 Alle, na klar! Kommt her! Jaja! Warte, ich geh mal hierber! Ja! funds Under you! Ha! Ha! Mach hier, ne아Hu laden! TRAH! NaHu! Wir filmen sie wie so ein Tier! Ne? Was angeguckt wird im Zoo? Mh, mh. Dau mal her wo wir sos ado! rein. Warum denn nicht? Weil du siehst scheiße aus. Guck doch mal. Schuhe Arsch. Hose Arsch. Fresse Arsch. Alles Arsch. Wir müssen, so dürfen sie nicht hier rumlaufen. Echt? Nur mit Genehmigung. Ja, leider. Schmerz, Witze. Ohne Schmerz. Wo holen wir die denn? Von der Chefin. Das ist für die E-Mail. Die ist nicht dran. Bis die E-Mail schreibt. Ja, leider. Ja, sonst haben wir 20 Stunden eben so drin. Jetzt haut noch ein Weihnachtsmann rein. Geht auch nicht. Oh ne, ihr macht meinen ganzen YouTube-Videokopf. Aber die Vietnamesen filmen doch hier auch immer. Mit Handy ist das andere halt. Wir haben ja richtig Ausstattung. Also mit Handy dürfen wir ja. Wenn sie Handy haben und nicht so Bekleidung hervorrufen. Ach, Bekleidung ist auch Vorschriften? Wir haben ja extra einen Weihnachtsmann hier. Der gebucht wird. So macht mir das keinen Spaß mehr. Wir wollen irgendwie den Arm verderben oder was. Ist halt lustig. Ja, ist jetzt echt so. Schade. Wir sind die, die Probleme machen. Nein, Quatsch. Nein. Wir gehen ja schon. So, der macht die YouTube und so? Ja, aber jetzt nicht mehr. Ach so, bin ich drauf? Ja, wenn du möchtest. Noch ist die Kamera an. Ja, ich möchte nicht. Nee, alles klar. Die Kamera ist drauf dich oder nicht? Ja, was? Ja, kannst du den Kona lassen und noch ein bisschen kümmern? Nee, ich kann meine Sinne nicht sagen. Es ist schief. Manche wollten ihn so machen. Ach so. Aber wenn er nein sagt. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Okay. Viel Spaß. Ja, tschau. War nett das Video. Okay. War nett das Video. Scheiße. War nett. Saki war super. Wirklich. War ganz, ganz toll. War eine gute Idee von mir, oder? So ein Quatsch. Westlegen dürfen wir nicht rein? Weil wir verkleidet sind. Ja, weil wir hier eine Genehmigung für Videodrehen brauchen. Och Mann. Schönes Video gewesen, wa? Ja. Und ein Vorzeit-Clip. 2 Minuten-Clip. Kannst du auf jeden Fall ein TikTok schon mal drausschneiden. Oh, so wollte ich das nicht. Aber Jackie, kannst du ein Video drausschneiden? Wenigstens haben die sich gefreut. Ja. Dann filme ich eben die Lichterkette. Hä? Dann filme ich eben die Lichterkette. Und dann hier so rüber. Ja, rüber. Alter. Oh, das hätte so cool werden können. Es war so voll. Das war eine große Enttäuschung, aber die Pitbulls am Einlass waren sehr nett. Ich habe mir das Video komplett anders vorgestellt. Trotzdem will ich dieses Video mit euch teilen, damit ihr sehen könnt, dass meine Ideen nicht immer umgesetzt werden können. Wenn euch mein Video trotzdem gefallen hat, dann hat es euch gefallen. Wenn nicht, dann nicht. Los Files nicht auf darf meine Ideen. Wenn das nicht anf otros ist, dann schlecht ist das application. hey, da ..